Herzlich willkommen zur katholischen Presseschau. In der heutigen Sendung blicken wir zurück auf den 100. Katholikentag in Leipzig Ende Mai. Ein weiteres Thema ist die Verleihung des Aachener Karlspreises an Papst Franziskus am 6. Mai in Rom. Zu Gast im Studio ist heute der Pressesprecher des Bistums Regensburg, Clemens Neck. Grüß Gott, Herr Neck. Grüß Gott. Die Wahl des Veranstaltungsortes Leipzig für den 100. Katholikentag hat zunächst viele überrascht. In der größten Stadt Sachsens bilden die Katholiken eine verschwindende Minderheit. Nur 4% der Bevölkerung ist katholisch, mehr als 80% sind konfessionslos. Für Leipzig bedeutete daher die Zeit vom 25. bis 29. Mai ein Ausnahmezustand. 40.000 Besucher erfüllten die Kirchen, Straßen und Plätze. Die meisten Teilnehmer waren katholisch. So viele Katholiken auf einmal hatte Leipzig seit der Reformation noch nie gesehen. Zwei Dinge fielen auf dem Katholikentag besonders auf. Erstens, es kamen unerwartet viele junge Leute. Und zweitens, das Interesse der Teilnehmer war anders gewichtet, als das Zentralkomitee der deutschen Katholiken als Veranstalter gedacht hatte. Politische Podien waren schlecht besucht, selbst wenn die Arbeitsministerin, der Innenminister oder gar der Bundespräsident auftraten. Gebetsstunden und Gottesdienste wurden hingegen in Scharen aufgesucht. Die katholische Tageszeitung, die Tagespost, wählte am 31. Mai folgende Überschrift. Halbleere Hallen und volle Kirchen, Politikverdrossenheit und Sehnsucht nach Spiritualität prägen den 100. Deutschen Katholikentag. Herr Neck, ist der Katholikentag in Leipzig ein Signal dafür, dass die Menschen heute wieder lieber mit Gott reden, als über ihn diskutieren? Also ich glaube, dass man das zumindest für junge Katholiken sagen kann. Das fällt mir auf. Das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder mache. Ich denke, das liegt daran, dass junge Katholiken eine klare Entscheidung treffen und auch von einer klaren Erkenntnis ausgehen, nämlich die Erkenntnis, dass im Mittelpunkt des Glaubens und im Mittelpunkt der Kirche Christus steht. Christus als Mensch gewordener Sohn Gottes und alles dreht sich um ihn. Und deswegen suchen sie auch die Beziehung zu ihm und auch die Nähe zu ihm. Und das kommt dann auch zum Ausdruck, wenn einer die Entscheidung trifft, lieber doch zur ewigen Anbetung zu gehen, als zu einer Veranstaltung mit dem Bundespräsidenten. Also eine Art geistlicher Aufbruch. Man kann darin einen geistlichen Aufbruch schon sehen. Und ich denke, das gilt grundsätzlich auch so für Kirche im Allgemeinen. Immer da, wo sich Menschen an Christus orientieren und Menschen auch Christus in die Mitte stellen, da passiert Aufbruch wie von selbst und zwar auf allen Ebenen, auch auf den gesellschaftspolitischen. Im Vorfeld des Katholikentags kamen beim Zentralkomitee der Deutschen Katholiken als Veranstalter heftige Diskussionen auf. Sollten Vertreter der Alternative für Deutschland, AfD, auf dem Katholikentag sprechen dürfen oder nicht? Am Ende siegte die Angst vor provokativen Standpunkten. So wurden bewusst keine AfD-Vertreter zu Veranstaltungen eingeladen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht diese Entscheidung als kontraproduktiv an. Jasper von Altenbockum kommentiert in der Ausgabe vom 28. Mai Einen größeren Gefallen hätte der Katholikentag der AfD nicht tun können. Dass deren Politiker zu den Diskussionsforen einer als volksnah gedachten Veranstaltung nicht zugelassen wurden, wird die Organisatoren mindestens noch bis zum nächsten Katholikentag beschäftigen. Herr Neck, war es Ihrer Meinung nach ein Fehler, die AfD auf dem Katholikentag außen vor zu halten? Also zumindestens ist es eine Irritation. Der Katholikentag dient ja dazu, katholische Positionen darzustellen, zu erhärten, auch zu formulieren. Und das durchaus auch im Dialog mit anderen Positionen. Da sind die Kommunisten vertreten, die Grünen sind vertreten, die Genderleute sind vertreten. Warum man nun ausgerechnet vor der AfD Angst hat, das kann sich so recht nicht erschließen. Ich denke, die katholischen Positionen sind allemal tauglich, auch diesen Positionen in guter Weise und auch in überzeugender Weise zu begegnen. Von daher kann ich diese Entscheidung eigentlich nur als politische Demonstration begreifen. Was dann wiederum genau damit gezeigt werden sollte, weiß ich auch nicht. Jedenfalls vom Sinn des Katholikentags erschließt sich diese Entscheidung nicht. Bei der Gesamtbewertung des Katholikentags sind sich das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken und das Bistum Dresden-Meißen einig. Es war ein voller Erfolg. Man wollte die Diaspora-Kirche im kirchenfernen Osten Deutschlands bestärken, und das ist auch gelungen. Dabei war es im Vorfeld durchaus nötig, vor Ort Überzeugungsarbeit zu leisten und für das Ereignis zu werben. Die Süddeutsche Zeitung erinnert an anfängliche Widerstände in Leipzig. Matthias Trubinski und Cornelius Pollmer schreiben in der Wochenendausgabe vom 28. und 29. Mai Erst einmal aber mussten die Katholikentags-Macher lernen, dass in Leipzig das Treffen durchaus umstritten war. Warum muss die hochverschuldete Stadt eine Million Euro für das knapp 10 Millionen Euro teure Treffen zuschießen? Erst nach längeren Debatten stimmte der Stadtrat zu. Herr Neck, in welcher Hinsicht hat Leipzig selbst vom Katholikentag im Nachhinein betrachtet profitiert? Na ja, volkswirtschaftlich möchte ich das jetzt nicht schätzen. Das ist, denke ich, schwer zu berechnen. Wenn man die Leserbriefe liest in der Leipziger Volkszeitung, dann wird einem doch deutlich, dass die Menschen schon das Gefühl haben, etwas Neues erlebt zu haben, dass sie das Gefühl hatten, klare und neue Impulse zu bekommen. Und auch, dass gerade die Katholiken in der Diasporasituation es genossen haben, in einer so großen Zahl von Menschen, mit einer so großen Zahl von Menschen den Glauben zu leben. Im Übrigen ist diese Debatte um das Geld keine spezifische Debatte aus Leipzig. Die gab es in Regensburg auch. Die gab es auch schon in Münster. Das hat nichts mit dem Thema Ressentiments gegen Katholiken zu tun, sondern das ist eine Frage, die in die Reihe gehört, Kirche und Staat und Geld. Von Leipzig nach Rom. Gewöhnlich wird der internationale Karlspreis für Verdienste um Europa und die europäische Einigung in Aachen verliehen. Diesmal aber suchte umgekehrt das Karlspreisdirektorium den Preisträger auf. Denn Deutschland steht in diesem Jahr nicht auf dem Reiseplan von Papst Franziskus. Ungewöhnlich ist nicht nur der Ort der Preisverleihung, ungewöhnlich ist auch der Preisträger selbst. Denn kaum ein Träger des Karlspreises hat sich je so kritisch über den Zustand Europas geäußert wie Papst Franziskus. Selbst während der Feierstunde richtete der Papst einen ernsten Appell an das einst so humanistische, kulturell hochstehende und tapfere Europa. Was ist mit dir los Europa, rief der Papst aus. Guido Horst von der katholischen Tageszeitung Die Tagespost fühlte sich bei dieser Ansprache des Papstes an seine Rede vor dem Europaparlament im November 2014 erinnert. Er bemerkt am 7. Mai Die Ansprache von Franziskus zur Verleihung des Preises erinnert zu sehr an die Mahnrede des Papstes in Straßburg, in der von Europa als der Großmutter die Rede war, die gealtert, müde, nicht mehr fruchtbar und nicht mehr lebendig sei. Herr Neck, Papst Franziskus ist kein angenehmer Karlspreis, Preisträger. Warum wurde er dennoch ausgewählt? Na ja, dass er nicht angenehm war, das war den Leuten klar. Er würde Klartext reden. Das ist typisch für den Heiligen Vater. Ich denke, die Wahl ist Ausdruck einer wirklichen Krise, die wir in Europa haben. Und das ist eine Identitätskrise. In Europa schrumpft das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit. Und ich glaube, es gibt auch kaum mehr einen Konsens über das, was uns als Europäer verbindet. Und hier hat der Papst in der Tat Bemerkenswertes zuletzt in der Flüchtlingsfrage geäußert, getan und gezeigt. Und es wäre schön, wenn Europa wieder sehr viel stärker seine Hoffnungen auf die Kirche und auf Christus setzen würde. Seit seiner ersten Auslobung im Jahr 1950 ist es nicht das erste Mal, dass ein Papst den Aachener Karlspreis entgegennimmt. Bereits Johannes Paul II. hat ihn nach langem Zögern im Jahr 2004 entgegengenommen. Und auch Franziskus wollte ihn zunächst nicht annehmen. Das berichtet Jörg Bremer in der Frankfurter Allgemeinen vom 6. Mai. Dort führt er aus, So musste der deutsche Exkurienkardinal Walter Kasper als Aachens Vermittler den Papst erst einmal davon überzeugen, eine Ausnahme zu machen. Herr Neck, welche Gründe könnten den Papst Franziskus bewogen haben, den Preis letztendlich doch anzunehmen? Also das Thema liegt auf der Hand. Das Thema ist schon die Glaubenskrise und auch die Identitätskrise. Beides fällt aus meiner Sicht zusammen Europas. Und der Karlspreis ist eine Gelegenheit für den Papst, die Kirche, ein Zeichen zu setzen und eine Richtung zu weisen. Und in diesem Sinne finde ich das sehr richtig, dass der Papst, der Heilige Vater, diesen Preis angenommen hat. Ganz herzlichen Dank, Herr Neck, für Ihre Einschätzung und Ihren Besuch bei Kirche in Not. Vielen Dank für die Einladung. Das war die katholische Presseschau mit Clemens Neck, dem Pressesprecher des Bistums Regensburg. Danke für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017